Sie hören wieder A5, Leonardo, die Wissenschaft auf dieser Welle. Wenn wir an Landwirtschaft denken, denken wir meistens an Großbetriebe, an riesige Ackerflächen. Dabei gibt es in allen Teilen der Welt auch noch viele Kleinbauern und die ernähren immerhin den Großteil der Weltbevölkerung. Das heißt, die Arbeit der Kleinen ist enorm wichtig und trotzdem haben sie kaum Rechte. Das wollen über 100 Kleinbauern und Bauernvertreter aus allen Teilen der Welt ändern. Sie treffen sich zurzeit in Schwäbisch Hall auf einem Kongress. Meine Kollegin Alexandra Hostert war für Leonardo in Schwäbisch Hall dabei. Was fordern die Kleinbauern denn? Die Kleinbauern haben eine zentrale Forderung. Sie sagen, es muss eine UN-Deklaration geben, die ihre Rechte besser schützen soll. Und das begründen sie damit, dass ihre Arbeit eben sehr wichtig ist, um die wachsende Weltbevölkerung ausreichend zu ernähren und auch auf ökologische Weise. Die Kleinbauern, die betonen, dass sie ein jahrhundertealtes Wissen haben über Bodenbearbeitung, über Züchtung, über Erntetechniken in verschiedenen Teilen der Welt. Sie sagen, sie wissen auch, wie sie die Artenvielfalt trotz einer landwirtschaftlichen Bearbeitung gut erhalten können. Gleichzeitig haben die Kleinbauern aber viele Probleme. Zum Beispiel, weil ihnen Land weggenommen wird. Die haben nicht immer so eine richtige Besitzurkunde für das Land, was sie bearbeiten. Und sie haben auch große Probleme, weil sie oft nicht so billig produzieren können, wie zum Beispiel Landwirte in der EU, die ja Subventionen bekommen. Und deswegen haben sie auch Probleme, auf dem Markt zu bestehen. Die Bauern, die dabei sind, sind teilweise von sehr weit hergekommen. Aus welchen Teilen der Welt kommen die Teilnehmer? Also es waren wirklich viele verschiedene da. Es waren Nomaden aus Jordanien da. Es waren Bauern aus Rumänien da, aus Indonesien, aus sehr vielen afrikanischen Ländern auch. Und es waren auch zum Beispiel Fischer und Hirten vertreten. Viele hatten tatsächlich auf dem Kongress auch ihre traditionelle Kleidung an. Es gab gut zu essen. Also von daher war es eine bunte, eine fröhliche Veranstaltung, aber natürlich auch eine Veranstaltung mit einem sehr ernsthaften Hintergrund. Wie sind diese Kleinbauern denn organisiert? Das ist für sie ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, Partner aus anderen Teilen der Welt zu finden. Ja, das ist so. Aber es gibt tatsächlich internationale Verbände für Kleinbauern wie La Via Campesina. Dieser Verband, der arbeitet schon seit etwa 15 Jahren an der Entstehung dieser UN-Deklaration. Viele Kleinbauern haben tatsächlich ein ausgeprägtes politisches Bewusstsein, aber Zeit und auch Geld aufzubringen, um zu so einem Kongress zu fahren, das ist natürlich für den Kleinbauern schwierig. Und deswegen wurde dieser Kongress auch von vielen Organisationen unterstützt. Einmal von der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft aus Schwäbisch Hall, die den Kongress auch ausgerichtet hat, aber auch von vielen anderen, zum Beispiel von der Heinrich-Böll-Stiftung, von der Welthungerhilfe oder von Brot für die Welt. Die Probleme, die die Kleinbauern überall auf der Welt haben, sind die vergleichbar? Sind die ähnlich? Also das Ausmaß der Probleme ist letztlich sehr unterschiedlich, aber die Prinzipien, die sind tatsächlich oft gleich. Zum Beispiel wird ja hier in Deutschland nicht passieren, dass ein Bauer wirklich leicht enteignet wird. Aber es gibt auch das Problem, dass kleine Höfe hier aufgeben müssen, weil sie im Wettbewerb nicht mithalten können und das Land sehr teuer geworden ist. Es gibt auch ähnliche ökologische Probleme, die die Agrarindustrie in vielen Ländern der Welt verursacht, die die Kleinbauern jetzt nicht mehr hinnehmen wollen. Zum Beispiel geht es da um Pestizid in großen Monokulturen. Den gibt es ja sowohl in Maisfeldern als auch in Palmölplantagen. Der ist schlecht für die Natur. Also da wollen die Kleinbauern was dagegen tun. Aber zu diesen großen allgemeinen Problemen haben viele Regionen auch nochmal so ganz spezielle Herausforderungen. Was sind das für Herausforderungen? Also ich habe zum Beispiel mit Jean aus Indonesien gesprochen. Das ist ein junger Bauer, 30 Jahre, der sagt, speziell bei ihm auf der Insel Sumatra haben viele junge Leute das Problem, dass sie das Land ihrer Eltern nicht mehr bewirtschaften können. Und er hat deswegen einen Zusammenschluss speziell für die jungen Bauern gegründet. Ich habe auch mit Elisabeth aus Zimbabwe gesprochen und die macht sich über was anderes ganz besondere Sorgen. Also sie sagt, der Klimawandel macht ihnen in Zimbabwe große Probleme, weil das Wetter mit Dürren und Überflutungen einfach gar nicht mehr vorherzusehen sei. Aber sie hat auch betont, dass sie mit den traditionellen Samen- und Pflanzenarten immer noch bessere Ernten erzielen würde als andere Bauern mit Pflanzen wie Tabak. Und so hätte sie auch schon einige Bauern überzeugen können, zu den traditionellen Bewirtschaftungsformen und einem ökologischen Anbau zurückzukehren. Jetzt wollen die Kleinbauern diese UN-Deklaration voranbringen. Wie könnte so eine Deklaration den Bauern helfen? Naja, sie wäre erst mal ein Dokument, in dem die Rechte der Kleinbauern festgehalten wird. Das würde diesen Rechten mehr Gewicht verleihen, also dem Recht auf Zugang zu Land, zu Wasser oder anderen Ressourcen. Allerdings wäre diese Deklaration natürlich nur ein erster Schritt. Und das hat auch Klaus Töpfer betont, der ehemalige Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Der hat auch auf dem Kongress gesprochen und hat dazu Folgendes gesagt. Er sagt nur davon, dass es ein solches Papier gibt, wird sich die Situation nicht ändern, sondern man muss sehen, dass die Forderungen schließlich auch umgesetzt werden. Das heißt, wie geht es jetzt weiter? Also die nächsten Schritte zu der Deklaration sind, am 17. Mai wird eine zwischenstaatliche Arbeitsgruppe der UN über die Deklaration beraten. Dann wird man sehen, ob die Länder zustimmen, ablehnen oder ob man noch mal weiter beraten muss. Aber ich glaube, die Kleinbauern, die werden auf jeden Fall weiter für ihre Rechte kämpfen. Denn ich habe sie auf der Konferenz wirklich als Menschen mit sehr viel Mut und Stolz und Selbstbewusstsein erlebt. In Schwerbeschall treffen sich gerade Kleinbauern aus aller Welt, um an einer Deklaration zu den Rechten von Kleinbauern zu arbeiten. Alexandra Hostert war dort und hat berichtet für WDR 5 Leonardo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.kos poemet.com 같ig Cinnamon